Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Ohrschrott. Diesmal von Glover, seinen Interieurobjekt Part 3 mittlerweile schon. Und was kostet euch das, bevor wir uns das anschauen? Das kostet euch 2,99 Euro aus seinem Gumroadshop. Link dazu gleich unten in der Beschreibung. Wir testen das alles auf dem MAN Euro 6 von Glover. Den könnt ihr euch übrigens kostenfrei im SDSforum downloaden. Das gleich mal zur Info, falls jemand fragt, wo der LKW hier ist. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was da mit dabei ist. Ich habe sämtliche Interieure mit uns deaktiviert. Also von Wolli und Belka und was es nicht noch alles gibt. Nur, dass es schon mal Bescheid wisst. Also wir haben ja hier den fetten Tisch, der ist da mit dabei. Bei Glover, seinem LKW. Und dann habt ihr hier praktisch die Slots. Und da können wir jetzt mal gucken, was da alles mit dabei ist. Also habt ihr hier so frische Stäbchen mit dabei. Wenn es mal wieder stinkt, dann könnt ihr hier wieder so Stäbchen hinstellen. Finde ich ganz interessant. Ganz verschieden. Dann haben wir hier einen, naja, so einen Finger. Der zeigt für den einen oder anderen Autofahrer hier mal. Dann haben wir hier noch eine Thermoskanne mit dabei. Dann haben wir hier noch dabei einen Kaktus. Warum nicht stelle ich mal hier hin? Kann man da mal machen. Dann habt ihr einen Kaktus-Buddy. Der steht wahrscheinlich genau verkehrt rum. Das finde ich immer ganz spannend. Also einmal zu uns gerichtet und einmal in die andere Seite. Finde ich auch ganz cool. Dann haben wir einen Plüsch-Einhorn. Alter, echt jetzt ein Plüsch-Einhorn? Wie kommt man da auf einen Plüsch ein, Mann? Aber das kann man machen. Nehmer mit. Wir haben noch eine Sonnenbrille mit dabei. Wir haben hier noch einen Anker. Der sieht so aus. Wollen wir den machen mal hier hin? So. Jetzt haben wir da noch einen USB-Stick. Oh, ein Brummi. Brummi ist geil. Brummi ist immer mega. Brummi, den finde ich... Oh, das feiere ich. Einmal so, einmal so. Okay, ich glaube, ich setze ihn aber noch ein bisschen weiter nach hinten. Lass mal noch. Guck mal, der ist mal zuschauen. Der ist cool. Dann haben wir hier noch ein Hörnchen. Ein Hörnchen. Kann ich die sind jetzt hier? Was brauchen wir so ein Hörnchen? Ein Horn in Gold und in Schwarz. Du weißt, ist sowas? Einfach nur so, oder wie? Na komm, das ist jetzt noch mal hin. Dann haben wir noch... Ach hier, so E-Zigarette. Dann haben wir noch einen Wikinger-Helm. In schwarzen und weiß noch nicht. Oh, da haben wir... Mal gucken, ob ich das LED hinmache. Kurz, das wird das so eng hier. Ein super LED-Logo. Einmal zu uns. Das sieht man jetzt auch die Punkte nicht. Einmal zu uns wieder gerichtet. Einmal nach außen. Finde ich auch ganz spannend. Aber ich glaube, das mache ich mal nach vorne hier. Genau, da sieht man es eigentlich hier. Ich mache es mal andersrum. Ah, in verschiedenen Farben. Okay. In blau, pink, purple und rot. Komm, ich mache es nur in rot. Gibt es auch in weiß, in gelb. Oh, hier haben wir noch Fake-Taxi. Oh, ist auch gut. Fake-Taxi ist auch gut. Passt das alles noch hin? Ja, geht schon. Okay, haben wir noch einen Überblick hier, oder? Fake-Taxi. Michelin-Männchen in LED. Genau, dann haben wir es geschafft. Ah, genau, gut. Dann haben wir es geschafft. Also sieht jetzt erstmal so aus. Haufen Zeug mit dabei. Für 2,99. Das eine oder andere funkelt und leuchtet auch. Das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. So, jetzt. Also sind wir im Spiel. Alles fertig gebaut. Ich zeige euch das mal am besten mit der Flycam auch mal von außen. Vielleicht kann man das von außen auch noch ein bisschen betrachten hier das Ganze. Also hier der MN nochmal. Ganz schön übrigens. Sehr schöne LKW. Da gibt es erstmal nichts. Also hier sieht man das von außen nochmal ganz schön hier. Dieses super Logo. Passt jetzt natürlich nicht zum MN, aber es ist halt mit dabei. Und gut, das Hörnchen hätte ich jetzt vielleicht woanders platzieren sollen, weil es hier durch die Scheibe guckt. Da hätte ich halt vom Anbaupunkt halt noch ein bisschen weiter hintergehen müssen. Aber sowas. Ist ja nur zum Anschauen. So, und aufgrund der Flycam können wir euch auch noch ein bisschen das Interieur reinzwiebeln. Können wir uns das nochmal ein bisschen anschauen. Guck mal hier, der Kaktus finde ich voll cool. Ich sehe nochmal den USB-Stick hier. Die Sonnenbrille, die Thermos, Tasse hier. Das stinke, 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 stinke Stäbchen hier. Hier dann der nette Finger. Ein Anker. Dann ein Fake-Taxi. Der Promi. Der finde ich gut. Die Textur ist jetzt schon mal cool. Das kommt mir die Textur an. Voll geil, ne? Voll cool. Das sind wir lieben Männchen. Mahlzeit. Gut, beim Plüsch bin ich jetzt noch nicht so dabei. Das wird bei mir keinen Platz finden im Mkw. Aber vielleicht bei dem anderen Mädchen bestimmt. Sondern das Hörnchen kannst du natürlich während der Fahrt, klar, was machst du da rein? Richtig hier Bierchen oben reinschütten, das fällt nicht auf. Da kannst du dir ab und zu mal ein bisschen was schlürfen. So sieht es auf alle Fälle aus. Coole Sache. Jetzt machen wir mal kurz einen Lichttest, dass es vielleicht doch gar nicht so uninteressant ist. So, check. Also, wir gucken mal jetzt von denen hier. Also, da haben wir hier praktisch das, was beleuchtet ist. Dieses Super-Logo. Dann dieses Fake-Taxi-Michelin-Belchen. Das sieht das mal so aus. Und unsere, wir schauen uns das gerne mal an. Denn nämlich der Kaktus, der hier ist, der bewegt sich auch. Also, der hat Lust, ein bisschen zu wackeln. Aber das finde ich schon mal richtig, richtig gut hier. Also, von außen auch noch mal hier. Da sieht man es noch mal ganz schön eigentlich hier. Das ist alles schön leuchtet und wirklich. Ich mache es noch mal ganz kurz mit der Flycam, dass es noch mal sieht. Nicht, dass jemand sagt, sehe ich nicht. Blinde wie im Maulwurf. Da sieht man es noch mal ganz schön. Also, das leuchtet praktisch schon mal. Es ist egal, ob ich das Licht anhabe oder nicht vom LKW. Das ist Bockwurst. Ihr seht das noch mal ganz gut. Das leuchtet immer. Auch hier, wenn ich reingehe mit der Flycam, das sieht man es noch mal ganz schön. Toll, oder? Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Ich mache noch mal, wenn wir jetzt das Licht einschalten, noch mal hier. Also, das sieht man. Passt. So, und dann hier noch mal im Interieur dieses kleine, diesen Kaktus hier. Der bewegt sich. Das finde ich auch immer ganz stark. Alles, was ein bisschen animiert ist, ist ja immer lustig und immer gut. Und im LKW rechts, links, rechts, links, ne? Das ist richtig geiles Zeug, es gibt es nichts, gibt es nichts, ganz zu meckern. Man kriegt immer seine Updates. Von dem her, meine Damen und Herren, gibt es hier nichts zu murren. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Interieur, dürft ihr es natürlich dementsprechend noch mal kommentieren. Einfach hier unter dem Video. Ansonsten, guckt auf Gamlaut, da könnt ihr, glaube ich, sogar einen Kanal, ich weiß nicht, kontaktieren, weiß ich gar nicht, ob da was drin steht. Müsst ihr mal vielleicht mal gucken. Aber egal, ihr macht der Falle für nichts verkehrt. Das gleich mal zur Info, ne? Gut, wisst ihr Bescheid. Dann, wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich wie immer, angenehmes Wochenende. Macht's gut, bis bald und adios.